Herzlich Willkommen Moin Moin neue Zuschauer. Let's play minecraft geht eine neue Runde und zwar ja muss ich erst mal gestehen ich war ein bisschen alleine aktiv ich habe ein ganz bisschen am tummel weitergebaut in der zwischenzeit aber nicht viel also so großartig viel hat man auch nicht verpasst außer wir sehen wir sind nicht mehr ganz so gut equipped wir haben keine Schuhe mehr und ja unsere Eisen Diamant Hacke hat es auch bald gehabt hier haben wir eben so einen kaputten Bohm noch mit ich weiß gar nicht warum kann ja hier eigentlich mit in die Kiste ganz passen ich will eigentlich auch mal da haben wir noch Schuhe schöne Wiederschuhe möchte ich jetzt aber nicht unbedingt verwenden ähm wo haben wir es denn eigentlich da haben wir kaputte Spitzhacken die ist noch ganz gut aber da müssen wir auch noch neue craften und die lohnt ja auch nicht mehr so wirklich kommt hier mit rein was machen wir denn auch hier sind die ganzen anderen Bögen ich weiß nicht vielleicht können wir doch alle einfach verbrennen oder wegschmeißen ich finde wir craften uns mal einen eigenen ordentlichen versuchen dann auch den gleich zu verzaubern ähm wie war das denn noch irgendwie stock 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 oder so und Seil 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 ne so nicht ähm wie dann so da hätten wir einen Bogen was haben wir denn noch mit hoch denn wir gehen hier oben haben wir oben genug Diamanten dann müssen wir mal ein paar mitnehmen oh was machst du denn da ab das ist ja draußen festgebackt das neues Haustier hier hätten wir so auch ein paar Diamanten gehabt hier haben wir Heilbarkeit 3 und Explosionsschutz 4 Eisenstiefel bekommen ne die kann man auch anziehen die sind echt gut na hast du uns entdeckt kommst du nicht rein jetzt die Pferdebox hier haben wir noch kein Pferd ich weiß auch noch nicht genau wo wir ein Pferd herkriegen wollen bisher ist mir noch keins über den Weg gelaufen hier ist auch noch ne unverzauberte Diamantspitzhacke ähm ich wollte jetzt aber nochmal eine Schaufel und eine Axt ja das kann erstmal hier mit rein wo haben wir es jetzt wo haben wir es jetzt wo haben wir es jetzt da 34 Dias Trank der Heilung Direktheilung weiß nicht vielleicht sollte man immer sowas auf Tasche haben aber aktuell sind wir nicht so in Kämpfe verwickelt dass wir das berüchten so wollen wir mal lustiges Verzaubern machen gucken wir was wir aus dem Bogen rauskriegen oder Unendlichkeit Stärke 4 Unendlichkeit 1 also nochmal ne an alle so geht Zaubern vor allem an denen wenn ihr seine Videos kennt er hat meistens nicht so ein Glück mit Zaubern erste Verzauberung auf dem Bogen gleich Stärke 4 und Unendlichkeit 1 also geht deutlich schlechter würde ich behaupten so wie an Breakable oder was auch immer so unsere Spitzhacke haben wir auch nochmal hier so viel Glück das ist eine super effiziente und eine super haltbare aber keine Glück aber Glück ist die ja auch ganz gut so hier die muss einfach nur Effizienz sein und Behutz haben ok wollen wir sie behutz haben dann haben wir noch irgendwas die Schaufel Halbbarkeit ja nehmen wir die Halbbarkeit 2 Effizienz 2 das ist nicht die Mega Schaufel aber passt schon das ist auch nicht schlecht ja damit sind wir rundum ganz gut verzaubert das Panzer ist ja auch meist nicht mehr eigentlich könnten wir uns ja fast 9 von machen ich möchte eigentlich mal gucken ich sag alle tags das war unser Bogen und Endlichkeit da brauche ich ja eigentlich nur ein Pfeil glaube ich mit ist das richtig wir müssen eigentlich nur immer ein Pfeil auf Tasche haben man kann eh die ganze Zeit schießen und mit Stärke ist natürlich auch interessant mal zu sehen was das so für eine Durchschlagskraft hat so Spinni Boxen ist jetzt abgehauen und die sie sich jetzt doch wegriechen auf die Dorfbewohner schießen wir nicht hier müssen wir hier raus was wir hier auch immer noch mal machen wollten ich zeige euch gleich wie weit wir im Tunnel sind was ich da ein bisschen weiter gemacht habe aber was uns immer noch fehlt ist hier wie schnell ist die denn jetzt die ist echt zu langsam für sowas wir müssen noch eine noch eine mehr verzaubern das ist schon richtig langsames Arbeiten da schaffen wir nicht viele Meeres und die Spitzhacke ja geht ne aber ist jetzt auch nicht der Bringer also wir sind auf jeden Fall schon mal schnelleres Arbeiten gewöhnt gewesen vor allem mit Sprengstoff wir haben ja auch noch ein bisschen Sprengstoff und hier hinten ist doch noch so hoch wir können es ja noch austoben da haben wir noch einiges zu tun und hier haben wir die überhaupt verzaubert? ja doch, das ist eine schöne effiziente und eine berufsame ja genau, dann kriegen wir nämlich da wieder Hecke raus aber ich glaube wir waren hinten fast fertig mit der Hecke wir müssen uns da noch ein bisschen was einfallen lassen so richtig fertig ist es noch nicht ja, das ist aber voll gemüllt sollen wir jetzt so viel fehlen ich weiß aber auch nicht was wir hier mit sollen dann nehmen wir erstmal die letzten Bäumchen hier weg da kramen wir die auch mal ein bisschen was ab aber das war jetzt eigentlich nicht die Aufgabe die ich heute erlegen wollte Moin Schaf, tüß auch von hier könnte man natürlich auch ein bisschen mit unserem Bogen ein paar Tiere abschießen für Fleischsorge ja, die Schaufel gefällt mir nicht ganz so gut aber vielleicht muss auch erst noch mal das Aussichtspunkt hier oben so einen Aussichtspunkt können wir uns nachher immer noch bauen so einen kleinen Turm irgendwie wo man hoch kann mit einer Treppe schön hoch nicht so groß aber über alles ragend okay, erde technisch wird es auch voll gemüllt bringt es uns auch nichts jetzt auf Tierjagd zu gehen hinten sind noch ein paar Höhlen guck mal ein bisschen in die Ferne die Sonne geht gleich unter ja, also die Schaufel gefällt mir nicht so gut die sind mir ein bisschen zu langsam ich meine für unseren Tunnelbau ist es fast egal weil da haben wir nicht so viel Erde zu bewegen nur ein bisschen so, einmal hier rüber geht in die Hütten es wird dunkel, wir können uns schlafen legen und am nächsten Tag weitermachen oder wir können eigentlich auch direkt in den Tunnel gehen ich will nur noch mal sehen Holz ja, der kommt hier mit rein, ne ich weiß nicht warum wir das mit runter geschleppt haben das muss hier in die Kiste da haben wir noch ein bisschen Clean Stones da kann man aber auch ein Hüttenpam mit runter nehmen hier ist so diese gemischte Steinkram das haben wir anders sieht nicht irgendwo hier das sehe ich schon wieder nicht nö, haben wir nicht eine Menge polierten Marmor für unter Tage Erde, Erde, Erde ja, dann lassen wir doch einen Erdeblock hier das können wir ganz einfach umwandeln dann passt das auch zu dem anderen davon haben wir genug bisschen Glas brauchen wir fort bisschen Sand brauchen wir noch für unten ja, eigentlich sind wir ganz gut equipped dafür dass wir runter gehen können wenn ich mir aber mal so unsere Box hier angucken muss ich sagen mit Karotten können wir uns noch einen braunlichen Stack mitnehmen hier ein Hähnchen nehmen wir uns auch mit 5 Brot wir müssen auf jeden Fall echt mal sehen dass wir bald wieder ein bisschen Nahrung produzieren 9 Stück das macht jetzt keine große Vermehrung so liebe Zombies Skelette und wie er nicht alle heißt ich wollte eigentlich mal gucken wie gut der Bozo ist oh danke dann treffe ich nicht so gut aber dich treffen wir Spinni mit der 4er Stärke Bo geil Kuh tot Zombie tot Zombie auch tot da hinten ist auch nicht was los das kann man mal ein bisschen Bogen schießen üben hier nochmal den da hinten zertreffen viel zu hoch und viel zu weit vorbei immer noch zu hoch das war gut läuft doch nicht weg jo haben wir getroffen neue Schafe auch locker getroffen von hier jetzt müssen wir unsere ganzen Erfahrungspunkte einsammeln das ist auch sonst unschön ein bisschen Fleisch haben wir hier da wo kommt ihr dann her und die können sogar einen mehr ab da das war ja fast bei hartnäckig was hier aber auch los ist insgesamt ist schon heftig da hinten stehen gleich zwei Endermänner Creeper Creeper kommen auf uns zu kommen aber jetzt aus der Ferne alle ganz entspannt hier killen gar kein Ding wo sieht es aus wenn wir auf die Endermänner von hier schießen Treppe wahrscheinlich nicht ich weiß auch nicht ob man die überhaupt treffen kann mit Fall und Bogen oder ob sie dann nicht vielleicht doch schnell genug verschwinden hier was ist mit dem Fleisch wir lassen uns lieber die Spinnaugen hier dafür aber noch ein bisschen länger Fleisch mitnehmen wir hätten ja festgestellt wir haben gar nicht so viel na Creeper meinst du wir sehen dich nicht wir haben wieder geschafft Punkte sammeln haben wir so viel gezaubert gerade eben da haben wir so viele Punkte verloren Moin danke naja den kann man nicht treffen ansonsten wäre es Zufall gewesen dass er sich gerade weggesinkt hat zack da können wir mal ein bisschen Bogen schießen üben kann uns ja für Bad Wars vielleicht auch gar nicht mal schaden da noch ein bisschen mehr Bow Spam machen wollen versperren uns nicht die Sicht das ist das vielleicht schauen wir auch gerade nicht ein was kann man tun 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 irgendwas zusammen stacken nein wir können nichts tun das müssen das muss so bleiben habst du hier wieder gespawnt oder was ja wir haben Pfeile also das ist tatsächlich gar kein Verlust weil wir noch einen Händlichkeitsbogen haben aber wir sehen auch der hat schon den ersten Energiebanken ganz schön wieder gut verloren na guck mal das Geld weiß gar nicht wie es hin geschieht weil die sind so scharf schützt und vor allen Dingen auf Entfernung die sehen wir ja auch zack und noch einer und und ich nehme auch mit oh läuft hier ne schon wieder neu gespawnt aber da können wir auch bei bleiben also das muss jetzt nicht unbedingt sein ich wollte euch ja eigentlich nochmal Ups zeigen das wir so schön ein bisschen weiter gebaut haben oh ach der oh Gott ich dachte das war ein Schaf schnell mal kurz einen Schockmoment Hä? was ist das denn für einer? wie soll er denn irgendwie fünf Schlüsse ausgehalten haben? weil wir nicht voll durchgezogen haben oder was? jetzt können wir mal den hier snacken jetzt machen wir nochmal die ganzen Erfahrungspunkte hier ein alter ist mir zuviel los hier eindeutig zuviel das guten haben wir sind jetzt alle angelockt? ach komm das ist für uns ist ja nicht das Problem ne? hier zack das ist nicht drück ja komisch komisch ich will wieder zurück ich habe mich jetzt hier genug aufgehalten und hier kann man so ein bisschen fernschütze spielen und die Leute in der Ferne abschießen das ist ja auch das kann man auch aus dem Wasser befreien muss ja nicht da unten nicht zurecht kommen so Oder? Was machst du hier? Bist du eingeladen? Ich glaube nicht. Kuiper. Hm, das gehört mit Helm dahinten. Aber es wird ganz in der Mitte Tag. Und Spinny. Ja, ein Schuss, ein Treffer, ein Tod. Da war auch zwei. Dann machen wir erstmal das Pulver weg. Gute Pulver haben wir. Haben wir das hier mit reingetan? Den machen wir. 21. schon wieder. Brauchen wir aber noch ein bisschen mehr. So, was hat man denn noch hier? Ein Fleisch. Das rohe Fleisch kann man nochmal hier in den Ofen reinschmeißen. Geht gar nicht, weil da fehlt ein bisschen Kohle hier. Hier geht's aber. So. So. Und dann geht's mal wieder unser Tage, würde ich sagen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Und für die heutige Folge war es das schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt, wenn ihr dabei bleibt. Und auch nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dahin. Schönen Tag noch. Schönen Abend. Und tschüss.